Über 1860 wäre schon Killer, Digga. Okay, Jungs, wir müssen auf den Bauern aufpassen hier. Wichtig, jetzt machen wir Läufer E3, um diesen blöden Bauern hier zu beschützen. Ich mag das gar nicht, diese Stellung, ne? Gar nicht. Ist gar nicht mein Fall. Ich mach jetzt auch direkt den. Ne, wir machen mal den. Beim Endeffekt hängen wir immer nur den Bauern wegen dem komischen Pin hier, ne? Deswegen lass mal prophylaktisch bleiben. Jetzt nehmen wir hier Raum ein und dann sind wir noch schon drin. Okay, wir haben den Bauern verloren. War ein Witz. War mal nicht. Wir hätten den Bauern verloren. So sieht's nämlich aus. Jetzt gefällt mir die Stellung auf einmal. Die ist ja so schön solide, Mensch. Was ist da los? So solide stand ich ja noch nie. Selbst wenn du gegen Magnus um den Titel spielst, musst du unbedingt Quatschzüge rechnen. Das stimmt. Man weiß nie, was kommt, wa? Manchmal sind Quatschzüge auch die Engine-Züge, Jungs. Meins ernst. So. Da greift ihr unseren Bauern an. Wir haben auch keine Idee, ne? Wir können den hier spielen. Da steht aber unser Springer ein bisschen schlecht. B1 wahrscheinlich einfach, ne? B1. Oh, der? Der hier schwebt in der Luft. Auf dem Schwebebalken. Wir gehen mal hier hin. D5. Greift die Dame an. War ein Witz. Hä, sag mal, was machen die denn da mit der Dame? Die stehen doch hier schon meilenweit besser, oder? Also es fühlt sich auf jeden Fall so an. Komm, Dame D2 und dann hier rein. Und dann einfach durchpushen. Dann sollte der Lachs doch hier schon gelaufen sein. Wir bleiben im König mal in der Mitte, Jungs. Unsere Mitte ist gut beschützt. Wir müssen hier auf den vielleicht ein bisschen aufpassen oder rechnen. Aber das machen wir irgendwann mal. Das machen wir später. Und jetzt macht der noch A6. Lol. Okay, der trollt offiziell. Der trollt offiziell. Wir gehen jetzt hier rein, ey. Take. Kenn ich gar nichts. Und jetzt H4. Der trollt offiziell. Da bin ich mir sicher. H4. H5. Macht er ja gar nicht. Ähm. Lass mal den hier spielen. Bauer ist noch beschützt. Und jetzt machen wir gleich G4. Oder? War das gut? Ich weiß gerade gar nicht. Doch schon, ne? War schon okay. G5 kann man aber nicht spielen. äh, G4. Kommt er ja raus. Jetzt Triple Fork into Queen Blunder? Meinst du den hier? Die Fork ist schon nice. Aber geht natürlich nicht. Leider. Geht leider nicht. Boah, bleibt der König wirklich in der Mitte oder was? Kannst du mir auch nicht erzählen. Okay, wir brauchen jetzt irgendwas, ne? Oh, wait. Was ist denn mit, wir gehen hier? Take? 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 Ah, den können wir hier nicht nehmen, ne? Warte mal, das muss irgendwie funktionieren. Real Talk. Das muss irgendwie funktionieren. Wir gehen hier. Er geht hier. Wir gehen hier. Er geht hier. Okay, lass mal den hier spielen, Jungs. Ich hab mal, ich mach mal einen kleinen Trick. Komm. Wir machen mal einen kleinen Trick. Wir spielen jetzt hier C2. Und wir gehen jetzt hier auf, auf, äh, die Fork des Grauens Chat. Auf den hier. Wir machen jetzt den. Er nimmt den. Wir gehen hier. Er nimmt hier. Wir gehen hier. Das ist der Plan. Komm, machen wir mal. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Gucken, ob er es sieht. Das ist die Fork des Grauens, Jungs. Man kennt sie. Schauen wir mal. Lol, das funktioniert halt echt. Lol. Der trollt. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall wieder outspielt, würde ich sagen. Der Kollege. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir haben ihn auf jeden Fall outspielt. So viel ist sicher. So viel ist sicher. So viel ist doch sicher. So viel ist doch sicher. Wir machen einen Rook Lift. Ah, okay. Nee. Äh, Jess. Äh. Genau. Ja, das war's. Ja, das war nicht besonders schlauer. Letzten Spiele haben wir nicht gesehen. I enjoyed my stay. Letzten Spiele hat doch keiner gesehen. Das war natürlich Quatsch. Wir machen ja noch nicht. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Vielen Dank.